Sie leben im Bauch unserer Städte. Jeder fürchtet sie, doch kaum einer kennt sie. Sie tragen Narben, Glatzen, Tätowierungen, sind brutal verdorben, ängstlich, zornig und gefährlich. Ich will Rache. Sie leben zusammen, schlafen zusammen und merken nicht, was sie in ihrem grenzenlosen Hass anrichten. Fallen lassen! Nein! Doch inmitten dieser düsteren Welt voller Hass und Gewalt gibt es auch Gefühle. Ich lebe nicht. Allein gelassen und hilflos sind sie auf der verzweifelten Suche nach einer Welt, in der sie sich nützlich, geliebt und geborgen fühlen können. Die Leute sollen wissen, dass ich stolz bin auf meine weiße Geschichte und mein weißes Blut. Vielleicht alles, was mir bleibt. Russell Crowe, Jacqueline McKenzie und Daniel Pollock in einem Film, wie er noch nie zuvor gemacht wurde. Ein Film, der sie schockieren, begeistern, erschrecken und herausfordern wird. Ein Film, den sie ignorieren, aber dessen Wahrheit sie nicht entkommen können. Ein Film, wie ein Faustschlag in die Magengrube. Schnell, hart und schockierend. Ein Film, der auch sie nicht kalt lassen wird. Trauen Sie sich. Rumpa Stomper. Im Kino. Im Kino. Im Kino. Im Kino. Vielen Dank.